Junge, ich bin kriminell und breit gebaut, Brudi. Ich hab'n verprügelt. KI von 1600er Elo, was schlabberst du von dumm und so. Und das ganz ohne russische Eröffnung, mein Freund. Nein, Spaß beiseite. Deswegen herzlich willkommen bei diesem Let's Play. Die letzte Runde hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ein heftiges Match. Der Gegner hat richtig gute und fiese Züge gemacht. Allerdings hat er am Ende einfach den letzten Fehler gemacht, indem er den Turm wegbewegt hat und damit seinen König nicht mehr gedeckt hat. Es hat mich eigentlich gewundert, dass er diesen Zug macht. Denn ich meine, ich stand zwar so oder so recht kurz vor dem Sieg. Auch der Turm hätte langfristig da nichts mehr genützt. Aber es war eine unfassbare Runde und er hat einfach am Ende diesen ekelhaft schlechten Fehler gemacht, den Turm wegzurücken, wodurch er seinen König nicht mehr verteidigen konnte mit einer zusätzlichen Figur. Das war einfach sein Fehler gewesen. Deswegen haben wir das ganze Ding am Ende doch gewonnen. Ich hoffe, ich habe die Gedankengänge hinreichend erklärt, warum ich Züge gemacht habe. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man auch nachvollziehen kann, warum macht man diese Züge eigentlich. Und wie ihr auch gesehen habt, die Züge haben ja wesentlich länger gedauert als sonst. Das heißt, ich habe hier viel mehr überlegt. Obwohl ich also, das muss ich kurz nachgucken, okay, diese Partie muss ich eben schnell löschen, damit wir einen neuen Platz haben. Wir haben die Kaine 24 Zügen besiegt, das heißt, wesentlich schneller, also rein von den Zügen her, als alle anderen Computer. Aber die Züge waren einfach besser durchdacht und haben dementsprechend länger gedauert. Das ist an der Stelle wirklich hochinteressant, wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt. Und das ist halt auch wirklich etwas bringt, wenn man einfach überlegt und dementsprechend gewinnen kann und auch besser spielen kann. Heute wollen wir eine neue Partie starten. Ich habe gesagt, wir spielen bis zu einer KI von einer Elo von 1600. Das war mein Ziel. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich die letzte Partie wirklich gewinne, weil der Gegner hat gut gespielt. Er hat teilweise sogar die Optimalzüge rausgehauen. Und ich zwar auch ab und zu mal, aber es hat mich wirklich gewundert. Der hat richtig gut gespielt. Aber ja, ein Fehler und es ist vorbei. Gerade wenn der Gegner so in Schach gehalten wird. Oder potenziell in Schach gehalten wird. Es ist einfach ganz interessant an der Stelle, wie das Ganze letztendlich geendet hat. Wir werden deshalb weiterspielen gegen eine KI mit einer Elo von 1800. Das hier ist wie immer. Ich will hier keine Seite auswählen. Es ist einfach davon abhängig. Ja, es soll einfach zufällig sein. Ich will jetzt mir nicht weiß geben, nur weil der Gegner stärker ist. Weil es halt einfach irgendwie einen kleinen Vorteil geben würde. Dadurch könnte ich mir nämlich die Eröffnung direkt aussuchen. Sollte ich weiß bekommen, dann kann ich wenigstens sagen, dass es halt wirklich Zufall war. Und nicht so konstruiert wurde, nur um einen Sieg zu erreichen. Das wäre an der Stelle einfach nicht gut. Aus diesem Grund, ja, lasse ich es hier einfach mal so. Die Figuren lasse ich auch auf Holz. Ich wollte eigentlich für dieses Match auch Metall holen. Ich glaube, Silber ist sogar weiß und Gold ist hier schwarz. Aber wir brauchen ein gutes Feld. Abgesehen davon ein gutes Feld. Ich habe das hier probeweise mal kurz ausprobiert, bevor ich das Let's Play gestartet habe. Deswegen habe ich auch hier dieses Match gerade eben noch schnell gelöscht. Dieses Feld hier, das ist zwar schön, so an sich. Aber man sieht es aus einer schrägen Perspektive. Die kann ich bei solchen Gegnern nicht mehr gebrauchen. Die Konzentration muss einfach absolut auf das Feld fokussiert werden. Das muss da einfach gegeben sein. Ich glaube, letztes Mal hatten wir Woodburn Manor. Ich glaube, dieses Mal werden wir wieder Mulholland spielen. Ja, wir können natürlich auch schwarz und weiß tun. Aber ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch irgendwie an diese Holzfiguren gewöhnt. Und alles andere hier, das macht nicht wirklich viel Sinn. Es muss halt einfach alles so bleiben, wie es ist. Ist einfach so. So. Wir werden jetzt die Partie starten. Und ja, wir kämpfen jetzt wirklich gegen schon einen sehr starken Gegner. Also, ich kann euch sagen, wer sich ein bisschen mit Schach auskennt, dem muss ich es nicht sagen. Aber wer sich mit Schach nicht auskennt, eine Elo-KI von 1600 zu besiegen, schafft nicht jeder. Und noch 1800, da sind wir wirklich schon angrenzend zum Profibereich. Also, hier sind halt so die Anfänger. Amateur bis Challenger, das sind so die Hobbyspieler, sage ich jetzt mal. Und so zwischen Challenger und Expert, das ist dann wirklich auch schon überdurchschnittlich gut. Wenn man wirklich 1600 überbietet, indem man gewinnt, dann fängt es halt wirklich schon langsam an, wie ich auch schon letztes Mal gesagt habe im letzten Part, dass man sich auf Vereinsniveau bewegt. Also, hier wirklich 1800, das ist absolut ein, so spielen Spieler, die im Verein spielen, die das wirklich nicht nur hobbymäßig machen, sondern das auch als Denksport sehen. Ja, also wirklich auch etwas Niveauvoller ansehen. Und ja, ab hier ist es dann wirklich so, dass die Leute damit auch echt Geld verdienen und ordentlich Turniere gewinnen. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal bei einem Turnier mitmachen, aber dafür muss ich mich hier auch erstmal beweisen. Und das kann ich nur, wenn ich jetzt die ELO-KI von 1800 auch besiege. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe letztes Mal schon gedacht, ich würde sie nicht besiegen. Ich wüsste auch nicht, warum ich das heute glauben soll, aber das letzte Match, was so spannend war, hat mir einfach gezeigt, ich sollte mich nicht darauf versteifen, wovon ich ausging, was ich kann, sondern sollte mich etwas daran orientieren, was ich wirklich kann. Denn es ist auch einfach so, also was sagt auch eigentlich die ELO aus? Die ELO sagt einfach aus, ja, wie stark man letztendlich ist. Das heißt, wenn man als Anfänger gegen einen Experten gewinnt, dann kriegt man sofort extrem viele ELO-Punkte und der Experte verliert extrem viele ELO-Punkte. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ein 800er ELO, wenn der Spieler sofort gegen einen so starken Spieler gewinnt, dann ist das ein Naturtalent. Ja, das ist dann wirklich ein Naturtalent. Das ist auf keinen Fall die Regel und ich würde auch an der Expertenstelle, wenn ich so gut, also wenn ich wüsste, eindeutig wüsste, ich wäre so gut, würde ich mich auch nicht mit so einem Ausnahmetalentspiel auseinandersetzen, mich mit dem anlegen. Man darf halt auch mich, das muss man halt auch immer bedenken, selbst wenn man noch so viel Erfahrung hat, man darf auch einfach nicht überheblich wirken. Was heißt nicht überheblich wirken? Man darf einfach nicht überheblich werden. Weil nur, weil jemand eine ELO hat, der schlechter ist, die weniger Punkte hat, heißt das ja nicht, dass er wirklich schlechter spielt. Das sagt nur aus, wie gut er bis zu diesem Zeitpunkt gespielt hat. Es ist zum Beispiel so, wenn man online, spiele ich ja auch ab und zu mal ganz gerne Schachrunden, also im Internet, gegen Online-Gegner, beispielsweise bei Chess.com und so weiter. Wenn man da gegen Gegner spielt, dann bekommt man in der Regel aber auch Gegner zugewiesen, die ungefähr der eigenen ELO entsprechen. Das heißt, es ist auch eher die Seltenheit, dass man gegen jemanden kämpfen wird, der, ja, ich sag jetzt mal, 3, 4, 500 Punkte über einem selbst liegen. Weil halt einfach, man will ja, das Spiel soll ja auch nicht frustrierend sein. Es soll ja jeder die Chance haben, sich zu beweisen, zu zeigen, was er kann und natürlich auch sich zu verbessern. Weil wenn du als Anfänger die Taktiken und Strategien und die guten Züge und die Stellung und so grundsätzliche Regeln einfach nicht drauf hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, einen stärkeren Gegner in diesem Bereich hier einfach nicht besiegen. Und das ist natürlich frustrierend, weil du kannst eben auch nichts von jemandem lernen, der weit, weit, weit besser spielt als du. Es ist halt gut, wenn du mit jemandem spielst, der so ein bisschen besser ist, damit der dir erklären kann, wie er denkt. Und auch, damit man auch einfach eine reale Chance hat. Weil ich kann mir vorstellen, für Anfängerspieler, für absolute Anfänger, ist es frustrierend, wenn man Spiele spielt, 3, 4, 5 Stück und sie alle hintereinander verliert. Das ist natürlich auch nicht unwahrscheinlich, dass das passiert, aber es ist auch einfach frustrierend, weil Schach soll ja auch dazu anringen, Spaß zu machen. Und wenn man halt ständig nur verliert, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Das ist eine naturgegebene Sache. Es ist ja oft so, die Dinge, in denen man gut ist, die machen einem auch Spaß. Und die machen einem deshalb Spaß, weil man darin gewinnt. Weil man darin eben gut ist, weil man die Leistung zeigen kann. Jetzt ist es allerdings so, in der letzten Runde hat es mir tatsächlich Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern vor allem, weil das Matchmaking selbst absolut genial war. Und ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel weiter quatschen. Wir starten die Partie. Ich habe den Ton übrigens, die Hintergrundmusik im Hintergrund ausgemacht. Das habt ihr vielleicht schon in den letzten Parts gemerkt. Weil, ja, ich muss mich konzentrieren und ich möchte auch, dass ihr meine Stimme hört. Ich kann das Mikro hier nicht allzu viel übersteuern. Ach ja, das war diese schöne Map. Oha, das wird interessant. Er ist weiß. Okay, er zieht direkt mal mit den Bauern raus. Ich denke, das werden wir auch tun. Wir könnten natürlich auch schon, wir könnten hier auch den Damen-Gab mit starten. Obwohl, das wäre ja hier. Ich vergesse auch immer, der einzige Unterschied, der bei Schwarz und Weiß ist, ist es wirklich, König steht gegenüber vom König, Dame steht gegenüber von der Dame. Und der einzige Unterschied ist, dass die Figuren halt hier von der Richtung her nicht hier aufgeteilt sind. Weil bei dem einen der König links ist, bei dem anderen der König rechts. Aber das ist gar kein Problem. Wir hauen hier direkt mal raus mit dem Bauern auf D5. Ah, der will das direkt. Gut, ich denke, dann werden wir das Ganze verteidigen. Indem wir... Ja, ich denke, wir holen den Bauern raus. Warum nehme ich nicht den Bauern? Der würde natürlich hier, erstmal so vom logischen Verständnis her für uns, würde das Sinn machen, diesen Bauern rauszuziehen. Weil hier der Gegner natürlich auch angreift mit seinem Läuferbauern. Aber wir wollen ja trotzdem schon mal die Mitte. Ähm, als oberste Position für uns beanspruchen. Deswegen ist es wichtig, diesen Bauern rauszuziehen. Zumal auch hier die Möglichkeit gegeben ist, dass dann direkt die Läufer rauskommen. So ist das Problem auf jeden Fall schon mal gelöst. Ja, er geht mit dem Springer raus, um noch eine Zusatzfigur zu haben. Ja, er könnte hier natürlich die Position sofort gewinnen, wenn er jetzt mit dem Bauern den schlagen würde. Dann würde ich ihn schlagen, dann würde er mich schlagen und er würde mir mit dem Pferd direkt hier auf D5... Das wäre auf jeden Fall nicht gut. Er würde mir direkt im Gesicht stehen, schon mit seinem Pferd. Das wäre gar nicht gut. Wir könnten also jetzt versuchen... Sekunde mal. Ach, das sieht man nur nicht richtig immer. Dass ich auf dieses Feld gehen könnte mit dem Pferd hier. Das könnte natürlich jetzt seinen Bauern angreifen. Dann hätten wir hier eine gegenteilige Situation, wenn er jetzt angreifen würde. Sein Pferd steht hier, mein Pferd steht da. Aber wir müssen einfach hier härter verteidigen. Der geht schon ziemlich gut ran an den Speck. Deswegen machen wir das mit dem Bauern, um D5 besser zu verteidigen. Er zieht schon rein in den Angriff. Das ist böse. Es wird an dieser Stelle einfach lustig. Wir könnten uns jetzt provozieren lassen, indem wir den Bauern wegnehmen. Das würde uns aber nicht zwingen, weil er dann genau die Position hätte, die er haben will. Das wäre schlichtweg nicht schön. Wir könnten natürlich auch versuchen... Wir könnten es versuchen, das zu machen. Es ist eigentlich auch sehr, sehr sinnvoll, das zu tun. Wir könnten alternativ aber auch sein Verhalten spiegeln, indem wir jetzt auf C5 gehen und versuchen, ihn zu attackieren. Denn wir könnten das Ganze im Zweifelsfall immer noch mit dem Läufer schlagen, wenn er hier meint, etwas sagen zu müssen. Das könnten wir auch machen. Dann hätten wir schon einen Bauern mehr raus. Ein bisschen mehr Bewegung. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich den Bauern rausziehen und auf D5 gehen, dann hätte der Läufer wieder Bewegungsfreiheit. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, wir machen es, aber so eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Ich denke, er erwartet das auch, aber irgendwo sehe ich auch keine andere Möglichkeit. Natürlich könnte ich das hier jetzt machen, aber dann würde mein Bauer dastehen und mit was für einem Ziel. Ich würde vielleicht noch die Dame damit rauslucken. Auf der anderen Seite würde er auch nicht rausgehen, weil hier die Bauern sowieso verteidigen, vorausgesetzt er will ihn nicht bewegen. Es kann natürlich auch sein, dass er ihn bewegen will, dass er hier mit dem Königsbauern noch rausgehen will und das würde ich natürlich verhindern, wenn ich hier stehen würde. Dann könnte er damit nämlich nicht mehr raus. Beziehungsweise dann wird zwar mein Bauer auf E3 auch genommen werden, wenn ich den hierüber einnehme. Also nochmal kurz zur Reproduktion. Wir würden hier hingehen. Der würde versuchen, hier weiter zu schlagen eventuell. Dann könnten wir hier einnehmen. Wir könnten sein Pferd bedrohen. Es ist eigentlich keine schlechte Wahl, das hier sogar zu machen. Aber das hier ist halt auch keine schlechte Wahl, weil im Zweifelsfall kann er nur noch mit dem Pferd angreifen. Und da er vor mir spielt, also eine Runde vor mir spielt, weil er angefangen hat, könnte ich dann sein Pferd wegnehmen. Deswegen würde er es eben nicht machen. Interessanterweise hätten wir hier einfach nur eine gespiegelte Situation. Sein Pferd steht hier in diesem Viereck, was ich hier gerade umkreise. Das Mittelfeld ist sein Pferd steht da. Mein Pferd steht da. Und wenn ich den jetzt wegnehme, dann wäre es komplett gleich. Dann könnte hier niemand mehr irgendwas sagen, weil der Unterschied zwischen Dame und Königsbauern ist nicht sonderlich groß. Nur mit dem Vorteil, dass die Dame natürlich rausziehen könnte. Aber da wir ja hier eine Symmetrie haben auf dieser Linie, also dass es bei mir auch die Dame ist und halt nicht der König, macht es hier spielerisch keinen Unterschied. Ja, es war eigentlich zu erwarten, dass er mit dem Läufer rausgeht. Denn was anderes kann er nicht machen. Dass er mit der Dame nicht rausgeht, ist klar. Dass er mit dem Pferd jetzt nicht hier hingeht, ist auch logisch. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht provozieren. Streng genommen ist der Läufer ja mehr wert als der Springer. Ich meine, das hier sind ja die Leichtfiguren. Streng genommen ist es mehr wert. Und da ich mal davon ausgehe, dass dieser Computer hier hart auf Logik gehen wird, der wird nicht einfach mein Pferd nehmen. Ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen. Weil sonst sein Läufer ebenfalls weg ist. Er weiß allerdings auch, indem er das hier einfach macht, so wie er es macht, weiß er aber auch, dass er meine Verteidigung hier aufbrechen könnte. Dann hätte sein Pferd nämlich wieder Bewegungsfreiheit auf D5. Das ist schwierig. Wir könnten das Ganze natürlich auch noch zusätzlich verteidigen, indem wir mit unserem Läufer auf E7 gehen. Das ist echt schwer. Es fängt jetzt schon gut an, dass ich hier nachdenken muss. Und das nicht gerade wenig. Weil wir so langsam halt auch auf den Punkt kommen, wo ich seine Muster nicht mehr verstehe. Also ich verstehe sie zwar, ich weiß aber nicht unbedingt immer, wie ich darauf reagieren soll. Wir könnten natürlich auch versuchen, den Läufer jetzt zu attackieren, aber wenn wir das machen, dann würde er auf jeden Fall das Pferd wegnehmen. Weil sonst hätte er seinen Läufer kampflos aufgegeben. Das heißt, wir dürfen ihn noch nicht dazu zwingen, weil sonst wäre der Bauer hier, den rauszuziehen, Verschwendung gewesen, das würde mir Tempoverlust einbringen. Ich denke, was wir jetzt machen könnten, also wir könnten entweder mit dem Läufer hier hin, um das Pferd zusätzlich zu verteidigen, weil wir im Zweifelsfall dann auch eben den Läufer hier stehen haben. Oder wir könnten versuchen, den Bauern weiter zu verteidigen, mit dem anderen Bauern. Wenn ich das allerdings tue, dann würde ich mir selbst das Feld mit dem Pferd zustellen, da ich ja nicht weiß, wann dieser Bauer hier weiterziehen wird oder geschlagen wird. Deswegen bevorzuge ich hier einfach mal die Stellung auf E7. Ja, das hat gehangen. Das hat gehangen. Das habe ich gesehen. Normalerweise zieht er sofort. Das hat gehangen. Jetzt zieht er mit der Dame raus. Der musste ein bisschen überlegen. Der hat ein bisschen berechnet. Heißt, der Zug war gar nicht schlecht. Aber jetzt schon, der holt jetzt schon die Dame raus. What the fuck? Was? Es ist einfach unglaublich, was der hier abzieht. Was ist das denn für eine schräge Nummer? Es wird jetzt schon Krieg geben. Das sehe ich jetzt schon. So. Ich könnte jetzt. Ja, was könnte ich jetzt? Also der hier wird sich noch nicht bewegen. Ich könnte jetzt mit dem Läufer rausziehen auf E6. Warum auf E6 mit dem Läufer? Warum nicht mit dem Bauern? Ich könnte ja den Bauern hier auch mit meinem anderen Bauern verteidigen. Weil der Läufer sich entwickelt. Ja, sobald der Läufer raus ist, hat der direkt schon eine Position inne. Der ist direkt schon stark auf dem Spielfeld. Und das wird ihn nerven. Das wird ihn gewaltig nerven. Wenn ich den jetzt hier stehen lasse. Denn ein Bauer, der hat nicht viel Bewegungsfreiheit. Der Läufer hingegen schon. Der Läufer macht sich hier stärker. Und da er aktuell dieses Feld nicht noch besser abgedeckt hat, außer die beiden, würde es auch jetzt noch, unter Umständen kann er es ja mit dem Bauern noch kommen, aber es würde jetzt noch keinen Sinn machen, den Bauern zuerst zu ziehen und dann den Läufer. Ich würde es eher umgekehrt machen. Das macht er nicht. Was auch immer er davor hat, das macht er nicht. Denkt euch nichts bei dieser Provokation. Ja? Denkt euch nichts bei dieser Provokation. Ich hatte jetzt gerade Angst, er könnte vielleicht hier... Wartet mal, das ist fies. Holy Crap, das ist echt fies. Egal, wie ich es mache. Ähm, schaut mal. So. Er könnte jetzt den Turm wegnehmen. Das könnte er jetzt machen. Deshalb müsste ich mit dem Pferd wegrücken. Aber das Pferd ist in keiner Weise verteidigt. Wenn ich mit dem Pferd hier hinrücke, ist es nicht verteidigt. Hier ist es auch nicht verteidigt. Die beiden Felder sind frei. Das wäre... Das ist eine Gratisnummer für ihn. Egal, wie er es jetzt mit der Dame macht. Er würde zwar den Turm nicht nehmen, weil sonst wäre seine Dame weg. Aber er würde mein Pferd nehmen, weil das ist nicht geschützt. Ich sehe das auch gerade nicht anders. Das kann hier nirgendwo hinspringen. So ein... Oh, nein! Alter, was ist das für ein Zug? Es ist einfach weg. Ich kann nicht hier hin. Ich kann nicht hier hin. Wartet mal. Es ist egal, wie ich es mache. Er kann danach den Turm nehmen, wenn ich das Pferd nicht bewege. Und... Ja, wobei... Wobei, wartet mal. Wartet mal. Ich kann mit dem Pferd auch hier hin gehen auf... D7, denke ich. Ja, das ist noch machbar. Das ist noch machbar. Da kann er sich hier schon mal nicht mehr bewegen. Wenn ich mit dem Pferd weggehe. Der wird wahrscheinlich danach auf E3 gehen. Mit seinen Bauern. Um hier seine Verteidigung zu stützen. Um allgemein besser im Spielfeld zu stehen. Weil seine Figuren sind aktuell noch recht schwach. Sein Läufer ist gut. Sein Pferd ist gut. Seine Dame ist gut. Aber meine Dame, okay, die ist sowieso da völlig in Ordnung. Die ist nicht deplatziert, wenn sie noch da steht. Aber mein Läufer ist noch gut. Mein Pferd ist auch gut. Und der andere Läufer steht hier auch ziemlich fies. Weil man muss ja bedenken, ich decke hier die Bereiche komplett ab. Da kann nichts mehr stehen, ohne genommen zu werden. Also nach herzigem Stand. Wir werden jetzt das Pferd rüber bewegen. Und gucken, was er dann macht. Okay, jetzt hat er sich so überlegt. Weil ich ja jetzt auch das Pferd zusätzlich schütze. Da hier nochmal abzuzischen. Und stattdessen mal hier ein bisschen weiter rum zu mäkeln. Falls ich da irgendwie hin will. Was zum Beispiel durch einen Läufer gut garantiert wäre. Das wäre so keine gute Idee. Der bleibt jetzt mit der Dame wahrscheinlich erstmal da stehen. Wenn ich nichts verändere. Es wäre eigentlich... Ich war gerade am überlegen, ob ich hier vielleicht einen Damenabtausch machen soll. Dass ich ihn hier angreife. Der wird mich nehmen und ich werde ihn nehmen. Weil mein Turm dann schon mal gut steht. Und ob jetzt beide die Dame verlieren oder nicht. Es macht aber einfach mehr Spaß, mit mehr Figuren zu spielen. Man muss einfach mehr nachdenken. Wenn man wenig Figuren hat, dann macht es keinen Sinn mehr. Auch wenn beide die Figuren verlieren. Aber der macht sowieso immer jetzt die besten Züge. Der wird sowieso ziemlich heftig spielen. Deswegen... Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht in der Gewinnerposition. Der Zug hier, der hat mich völlig erschüttert. Es ist aber auch ein Trauerspiel. Es ist jetzt schon ein Trauerspiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache mal... Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Das hier ist einfach... Das ist mir jetzt schon zu viel. Wir machen folgendes. Wir machen jetzt erstmal... Wir machen den Damenabtausch, denke ich. Aber wir geben ihm die Gelegenheit zu entscheiden, ob er das wirklich will. Indem wir mit dem Turm rausgehen. Weil wenn die Dame weggeht... Also ist es so... Warum den Turm rausziehen und damit die Dame angreifen und nicht mit der Dame? Nicht nur, weil die Figur weniger wert ist. Sondern auch, was das darüber aussagt, wie er darüber denkt. Denn, wenn ich die Dame hinstelle... Das wird er wahrscheinlich nehmen. Also da ist es für ihn wahrscheinlicher, weil diese Dame mehr wert ist. Für den Turm kann er sich überlegen, ob er es machen will. Weil... Er könnte natürlich auch dann zurückziehen. Und das wäre klug. Er würde am besten, wenn er klug ist, würde er auf A6 gehen. Weil er dann immer noch hier im Mittelfeld steht, ohne angegriffen werden zu können. Ey, jetzt haut er aber auch Züge raus. Es ist doch nicht mehr normal. Was will der mit den Bauern? Das ist so Schmutz, wirklich. Allerdings kann er hier jetzt auch nichts mehr machen. Er wirkt ja den Turm höchstwahrscheinlich nicht. Es könnte sein, dass er ihn jetzt nimmt. Was ich eigentlich verhindern will. Das heißt, ich müsste mit dem Turm raus. Weil wenn ich den Turm rausnehme, nehme ich ihm hier jegliche Bewegungsfreiheit. Also was Figuren wegnehmen angeht. Er hat nämlich dann keinen Grund mehr, sich hier zu bewegen. Und es hat dann auch keinen Sinn mehr für ihn auf A3 zu gehen. Äh, auf A6. Entschuldigung, auf A6. Habe ich das eben schon falsch gesagt? Ich weiß es nicht. Wir könnten ihm ein bisschen Druck machen. Ja. Wir könnten ihm ein bisschen Druck machen. Indem wir jetzt nach vorne brechen. Direkt dorthin. Nicht, weil es ihn aktuell angreift. Ich kann da auch dann nichts weiter machen, wenn er hier steht. Aber, wie sehr fühlt sich ein Spieler eingeschränkt, wenn eine starke Figur, und das ist der Turm ja durchaus, der ist ja auch schon keine Leichtfigur mehr, das ist ja wirklich schon eine stärkere Figur. Wenn eine stärkere Figur direkt in der Nase drin steht. Das sehen wir hier an der Dame, was das jetzt schon wieder für einen Schaden angerichtet hat. Das wird Probleme machen. Auch die ganzen anderen Figuren, die hängen immer noch hinten drin. Und das Problem ist, ich habe auch schon drei Bauern verloren. Es ist einfach so, ich muss auch mal zurückschlagen, weil das Schöne ist, dieses Feld bietet sich nicht nur aufgrund der Position an sich an, sondern weil da auch noch ein Bauer steht. Und sei es einfach nur, um ihm ein bisschen Kraft zu nehmen. Ich denke, das machen wir auch. Oh, Hade. Shit, so weit habe ich wieder nicht gedacht. So weit habe ich echt nicht gedacht, Leute. Ja, ist ja klar, der hat ja noch die Rochade machen können. Hier hat er einen sauguten Zug gemacht mit der Rochade. Warum? Weil er einerseits hier meinen Turm verjagt kriegt. Den muss ich jetzt irgendwie wegziehen. Wohin muss ich gleich gucken? Und andererseits hat er die Rochade schon gemacht. Ich sehe das hier zwar jetzt nicht unbedingt als starke Verteidigung an, weil die Verteidigungsfiguren ja hier stehen. Also hier steht ja noch die ganzen Bauern. Da könnte ich eher schlechter durchgehen als hier. Den Bauern kann ich nicht nehmen, weil das Pferd den verteidigt. Wenn ich das natürlich mache, könnte ich hier in der Mitte sehr stark profitieren und dominieren auch. Ich kann mir sogar noch vorstellen, dass ihm diese gute Position es wert ist, diesen Turm zu nehmen. Also dass es ihm das wert ist, das aufzugeben, um den Turm zu nehmen, weil der einfach stark ist. Die Sache ist, ich hätte eben, hätte ich auch schon hier auf B4 gehen können. Das wäre auch nicht schlecht, weil ich schon im Mittelfeld stände, hätte eine saustarke Position mit dem Turm. Einen Turm schon recht am Anfang des Spiels so gut rauszuhauen, das ist nicht einfach, ist hier aber notwendig. Die Sache ist, wenn ich das eben gemacht hätte, hätte der die Ruchade nicht gemacht. Hätte er keinen Grund dazu gehabt. Und deswegen ist es nicht wirklich Tempoverlass, wenn ich jetzt zurückgehe. Wir könnten natürlich auch auf B6 gehen. Das ging auch. Also B4 oder B6 sehe ich hier an, als Feld. B4 wäre besser für den Angriff. B6 ist besser für die Verteidigung. Und es wäre die Provokation an der Dame. Ich denke, der Gegner müsste gut genug sein, um mittlerweile darauf nicht mehr einzugehen, weil er dann seine Dame auf jeden Fall verlieren würde. Und es wäre mir recht, wenn er den Turm nehmen würde, absolut, wenn ich auf B6 gehe. Aber auf B4 bin ich mir unsicher. Und den zurück auf B8 stellen, das wäre für mich auf jeden Fall Tempoverlust. Denn sonst hätte ich nur garantiert, dass er einen weiteren Zug macht. Die Position seines Königs ist aktuell schlechter. Man hätte jetzt auch sagen können, dass man ihn damit zwingen würde. Also hätte ich jetzt gewusst, dass er die Ruchade macht. Dann hätte ich das natürlich vorher so planen können, dass ich ihn durch den Turm dazu zwinge, die Ruchade zu machen, um den König ein bisschen weiter in den Vordergrund zu holen. Weil hier stand der König einfach geschützter als hier. Ich könnte nämlich, hier kann ich nämlich mit den Figuren besser zu ihm rankommen, weil die ganzen Bauern hier schon futsch sind. Oder ich sage jetzt mal, er hier einfach eine Öffnung geschaffen hat, wo ich durchgehen kann. Was für ihn potenziell gefährlich sein kann. Aber so weit habe ich nicht gedacht, das war nicht mein Plan. Ich wollte einfach erstmal ihn da ein bisschen, allgemein mal ein bisschen ärgern. Und mal schauen, was dabei passiert. Dass jetzt natürlich die Ruchade erfolgt, so weit. Also dass er so schnell darauf so gut reagiert, das hätte ich halt an der Stelle nicht gedacht. Ich glaube aber, wir gehen auf B6. Ja, das hat jetzt aber gedauert. Der hat jetzt nachgedacht, mein Lieber. Das hat jetzt gedauert. Also, er hat jetzt quasi den Bauern nach vorne gezogen. Darauf habe ich ja auch schon ein bisschen länger gewartet. Ich habe ja eben schon gesagt, er setzt ihn auf E3. Hat er natürlich, da hat er jetzt eben den Läufer rausgeholt. Aber jetzt letztendlich hat er es nachgeholt, weil es war klar, dass er das irgendwann macht. Dass es zu spät macht. Es ist sowieso so eine Sache. Es wundert mich, dass die Gegner das teilweise erst zu spät machen. Auch hier mit Läufer und Pferd immer noch drin rumstehen. Das ist halt einfach keine gute Position. Er könnte sich jetzt halt einfach auch eiskalt mit dem Läufer auf C4 stellen. Das hätte er auch machen können. Nee, hätte er nicht. Ich stehe mein Bauer hier. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja gut, dann hätte er sich hier hinstellen können. Auf D3. Von daraus könnte ich ihn nicht angreifen. Und er hätte schon mal eine dominierendere Position in der Mitte. Also es ist, wie man es macht, dass er die Position nicht wahrnimmt. Dass er die Position der Figur nicht so früh entwickelt, das wundert mich halt einfach. Aber jetzt, wo er sich verteidigt, kann ich hier eigentlich nichts mehr machen. Also nichts, was jetzt explizit auf den Angriff hindeutet. Ich könnte bestenfalls den kläglichen Versuch anstreben, mit dem Läufer auf F3 zu gehen, um dann hier hochzudaschen. Aber das ist langfristig keine Lösung. Ich kann nicht hierhin, dann wird er genommen vom Pferd. Ich kann nicht hierhin gehen, dann steht der König da. Ich kann nicht hierhin gehen, dann ist der Turm da. Ich kann nicht, ja hierhin könnte ich noch gehen, aber das wird mir nicht... Nee, hierhin kann ich auch nicht gehen. Weil das Pferd da steht. Aber... Ich denke, wir müssen hier auch nicht auf Angriff gehen. Ich denke, wir machen jetzt einen Verteidigungsmove. Und welcher Verteidigungsmove eignet sich besser als die Rochade? Weil die Dame nervt hier schon. Und selbst, ich weiß ja nicht, was hier schief gehen soll, aber... Es ist halt einfach einer der besten Verteidigungsmoves, den man macht... Also einer der besten Züge, die man machen kann. Eine Rochade zu machen, in dieser Konstellation. Weil das ist das, was der König hier falsch gemacht hat. Was der Gegner falsch gemacht hat. Dadurch, dass ich hier hingegangen bin, habe ich ihn zu Rochade gezwungen. Sonst hätte ich da alles abziehen können. Und er hat die Rochade verschwendet. Das merke ich jetzt erst mal. Aber ich werde sie halt nicht verschwenden. Oh, jetzt ist er am Schaffen. Oh, 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 oh. Okay, was sind das hier für Züge? Was dauert das denn bei dem jetzt so lange? Nicht, dass mir hier gleich die Switch explodiert. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Also, ich meine, klar, ich habe ja schon erwartet, dass er jetzt endlich mal damit rauszieht, dass er endlich mal die Figuren rausholt. Ich habe ja schon irgendwo damit gerechnet, dass er es mal bald machen muss. Sonst ist die Entwicklung seiner Figuren einfach nur Schrott. Allerdings, also, wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir haben jetzt drei Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten jetzt versuchen, mit dem Turm schon mal uns hier zu positionieren, um dann hier durchzubrechen, weil er muss dann hier weg. und er kann im Grunde genommen, er kann höchstens hier, ja, er könnte auch hier, es ist egal, wie er es macht, sein Pferd wäre dann weg, wenn ich den Turm schon mal hierhin positioniere. Das wäre eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei wäre, wir könnten die Dame auf C8 positionieren. Das ging auch. Warum? Weil die Dame hier irgendwie raus muss. Die ist nämlich hier eingekesselt durch diese andere Dame. Ich denke aber auch, wir kriegen die Dame hier gleich schon noch weg. Die wird nicht ewig hier stehen bleiben. Weil sonst wird sie nämlich von mir eingekesselt. Sache ist natürlich, ich kann aber jetzt nicht hier auf diese Felder gehen, weil dann ist meine Dame umsonst einfach gratis weg. Beziehungsweise, wenn ich mich hierhin stelle, dann ist es dann ein Abtausch und hier wäre sie einfach so weg. Wäre also einer der dümmsten Züge, die man machen könnte. Deswegen, also Turm entweder hierhin, Dame hierhin oder was wir auch noch machen könnten, wäre, dass wir mit dem Läufer auf B4 gehen. Das ging auch. weil wir halt auch da das Pferd direkt angreifen könnten. Er müsste da weg. Ich würde ihn dazu zwingen, entweder, ich würde ihn dazu zwingen, hierhin zu gehen, denn da kann er nicht stehen bleiben, weil auch mein Läufer nicht angegriffen werden kann, muss man auch dazu sagen, ja. Er könnte nicht hierhin gehen, weil mein Turm dann da schon wartet. Und das war ja auch der Sinn der Sache, ihn halt eben nicht wieder ganz zu, gut, es hätte jetzt hier keinen Unterschied gemacht, in dem Fall, aber ihn hier stehen zu haben, ist ja schon mal gut und vor allem, ich sehe es auch besser, dass hier das Pferd genommen werden kann. Ja, wir könnten hierhin gehen. Das halte ich für nicht ganz so doof. Ja, und hier kann er halt auch nicht hingehen, weil es auch genommen werden würde. Er könnte hierhin gehen, aber da würde es auch genommen werden. Also es ist, er kann eigentlich dann nur nach hinten rücken. Und damit würde ich seine stärkste Machtposition, nämlich das Pferd, so als Leichtfigur, wo er gemerkt hat, das Pferd hier eine der stärksten Positionen, hätte ich ihm seine stärkste Verteidigung genommen. Na? Oh nein! Was ist das bitte? Der macht Züge, mit denen rechne ich doch nicht. Wobei ich sagen muss, dass dieser Zug gar nicht mal so klug ist. Weil, ich hatte ja sowieso gerade eben schon die Rede davon gehabt, hier auf C8 zu gehen, um die Dame rauszuholen. Den jetzt zu nehmen, ist natürlich absolute Frechheit. Das wäre dumm. Deswegen, nicht provozieren lassen. Der macht hier so viele, richtig fiese Provokationen. Man darf sich nicht provozieren lassen. Man muss gucken, wie spielt man hier am klügsten. Weil, der Turm ist auch geschützt, denk dran, ja, durch das Pferd. Der Turm ist geschützt durch das Pferd, das heißt, der Läufer nimmt den Turm wahrscheinlich nicht. Obwohl ja auch hier noch die Dame steht. mir gefällt das Ganze hier nicht. Mir gefällt es echt nicht. Der macht, also, seine Züge sind sinnvoll. Ich verstehe, was er damit bezwecken will. Nur ich, er macht es halt so, dass ich das nicht vorausschauen kann. Weil ich bin halt meistens so, dass ich mich meistens auf eine Ecke konzentriere. Am Anfang des Spiels war es, wie meist so oft, das Mittelfeld. Danach war es einfach dann hier das mit der Dame. Danach war es hier oben die Ecke mit dem Turm. Ich konzentriere mich halt wirklich auf, äh, äh, immer so, meistens ein bis zwei, maximal drei Runden konzentriere ich mich auf eine Ecke des Spiels ganz besonders. So, und ich habe mich jetzt eigentlich darauf konzentriert, das jetzt hier auch mal anzugreifen und dann kommt er wieder mit so einem Quatsch an. Nee, 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 nee. Ja, äh, oh Leute, es war so logisch. Er weiß, dass er da... Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Boah, nee, ich muss noch was trinken, sorry Leute, das ist... Ich bin jetzt schon verzweifelt. Ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Der lässt sich immer neue Dinge einfallen. Der lässt sich immer neue Dinge einfallen, das ist echt nicht normal. So, wie reagieren wir jetzt darauf? Ähm, wir könnten jetzt so assi sein und endlich mal unseren Zug hier durchziehen mit dem Pferd. Also das wird er ja definitiv nicht nehmen können. Er wird seine Dame jetzt nicht noch opfern für nur mir das Pferd hier zu nehmen, weil der Läufer das... Das wird er nicht machen. Ich sehe auch echt, der hat hier wesentlich mehr Punkte. Also ich habe zwei dämliche Bauern, er hat vier Bauern und einen Turm. So, deswegen muss ich hier eigentlich jetzt zurückschlagen. Ich sehe da schon fast gar keinen anderen Weg mehr, als zurückzuschlagen. Ja, also, weil ich habe jetzt keine Lust, das Pferd hier zu opfern, weil das ist nicht geschützt. Das kann man natürlich machen, das wäre auch ein logischer Zug, aber er ist nicht geschützt. Die Dame wird sich das einfach nehmen, da hat er zwei Figuren einfach so gewonnen. Und ich halt nur eine. Wie ich ja auch präferiere, mit möglichst vielen Figuren zu spielen. Aber ich will dafür sorgen, dass er nicht mit vielen Figuren spielt. Warte mal. Wartet mal. Also, passt mal auf. Okay, das ist fies. Mir ist gerade mal was aufgefallen. Leute, ich könnte jetzt mit dem Läufer hier angreifen. Das könnte ich jetzt tun. oder ich könnte mit der Dame angreifen. Weil der Effekt wäre exakt derselbe und nicht nur das, er wäre noch wesentlich besser. Pass mal auf, denn der Läufer würde nur die Funktion erfüllen, das Pferd wegzunehmen. Aber meine Dame, die ich ja ohnehin genau deshalb hier hingestellt habe, damit ich sie irgendwann nach vorne rücken kann, die Dame nimmt nicht nur das Pferd weg. Sie provoziert auch den Läufer und setzt den König ins Schach. Ich würde dafür sorgen, dass er Tempoverlust hätte. Weil er sonst nichts machen kann. Weil wenn ich jetzt mit dem Läufer das hier nehme, dann lässt er sich sofort wieder irgendwas einfallen. So hätte ich mir eine Runde Platz geschaffen. So, mit den Figuren hier zu rücken, das mache ich nicht. Die stehen in einer guten Position. Die müssen ja irgendeine Art von Verteidigung muss es ja hier noch geben. Und mit dem Pferd hier wegzurücken, das greift auch nur mein Pferd an. Es ist wieder nur ein Schlagabtausch für nichts. Aber mit der Dame hier rauszurücken, ist ein absoluter Gewinn. Das machen wir sofort, ne? Bam. Ja, weg mit dir. Was hast du eigentlich noch hier zu sagen, ne? Alter Falter, das, ne. So, und jetzt passt mal auf. Da er jetzt Tempoverlust hat, der hat jetzt den Zug mit dem König verschwenden müssen. Wäre jetzt die Überlegung, ob wir also den hier zu nehmen, macht keinen Sinn. Die Bauern hier irgendwie zu attackieren, macht auch keinen Sinn. Ich fürchte, wenn ich meinen Springer hier hinstelle, was ja die Dame nochmal abdecken würde, was grundsätzlich nicht schlecht ist, fürchte ich aber, der wird den nehmen. weil, auch wenn er geschützt ist, der wird den höchstwahrscheinlich nehmen. Auf der anderen Seite, er steht auch gut da, er müsste das verteidigen, aber er kann halt, er würde wahrscheinlich auch nicht den Sinn erkennen, warum ich mein Pferd auf E4 stelle. Und das macht die Sache so gruselig, denn das Pferd auf E4 zu rücken, ist halt einfach nicht der beste Zug. Es hat ein Risiko für mich, ja, mein Pferd steht ein bisschen besser, ja, und ja, der Turm könnte dann auch nicht mehr hier hin rücken, aber der Turm hat bisher auch keinen Grund, dahin zu rücken. Aber pass mal auf, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, das hier ist keine faire Runde. Pass mal auf. Wenn ich jetzt meinen Läufer auf A3 stelle, dann ist er gleich matt. Dann ist er gleich matt. Ist euch das klar? Weil, wenn ich den jetzt hier hinstelle, kann er sich hier nicht mehr bewegen. und hier auch nicht, weil die Dame noch hier steht. Das heißt, er könnte bestenfalls versuchen, jetzt irgendwie zu verhindern, dass hier eine Schutzgarantie herrscht. weil wenn ich die Dame einmal hier hinstelle, dann hat er verloren, egal was er macht. Und deswegen sage ich dir, er hat die Rochade einfach verschwendet. Das ist, das passiert halt einfach, wenn er, ja, ich habe ihn dazu gezwungen, das ist ja halt das Schöne. Ich habe das ja vorher gar nicht bemerkt, dass ich ihn dazu bringe, die Rochade einzusetzen. Weil ich eigentlich nur den, nur den Drang hatte, einfach da rumzustehen. Ich bin lost. Ich habe mir schon, warum, warum, ich hätte mir denken können, dass es zu leicht wäre. Ich hätte mir doch denken können, dass es zu leicht wäre. Das ist, wenn man sich zu siegessicher wirkt, dann passt man einfach nicht mehr auf. Dann passt man einfach nicht mehr auf. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ja, er hat sein Matt verhindert. Er musste das so machen. Ich habe das nicht mehr gesehen, aber im Grunde genommen musste er das ja so machen, sonst wäre er gleich fertig gewesen. Nur, geht es ihm dadurch jetzt nicht wirklich besser. Denn während ich einen Läufer verliere, verliert er seine Dame. Ganz einfach. Ja, wird auch mal langsam Zeit, dass der die Equus rausholt. Das ist gut. Dann wird das nämlich noch mal ein bisschen interessant. Das habe ich einfach nicht gesehen. Sorry Leute, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich das, wenn die Dame jetzt da unten nicht gestanden hätte, 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 Fahrradkette, wenn sie nicht gestanden hätte, wäre der Läufer nicht genommen worden. Und wenn der Läufer nicht genommen worden wäre, dann wäre der jetzt platt. So. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Wir könnten versuchen, den Turm auf A8 zu stellen. Um die Dame zu verteidigen, könnten wir quasi die Funktion einnehmen, die der Läufer eben hatte, nämlich die Schutzfunktion der Dame. Die Dame, die nämlich dann direkt vom König steht. Allerdings, wenn der Gegner schlau ist, wird er das sehen und wird mit dem König dann auf C2 gehen. Sorry, das Spielfeld ist ja hier getauscht. Ich bin ja nicht weiß. Wird dann auf C2 gehen. Ja. Weil er kann sich nicht hierhin stellen, da würde er sich ins Schach stellen. Er kann nicht stehen bleiben. Ja, doch, stehen bleiben könnte er vielleicht noch. Das würde noch Sinn machen. Aber hierhin kann er auch nicht, weil wenn ich dann den Bauern nehme, ist er futsch. Weil, äh, ja, er muss, er muss entweder stehen bleiben oder hierhin gehen. Sonst ist er weg. Also das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Einfach mit der, mit dem Turm hierhin. So, jetzt haben wir aber noch ein anderes Geschenk. Welches Geschenk haben wir, seitdem die Dame weg ist? Überlegt mal. Wir haben hier einen wunderschönen Läufer auf dem Präsentierteller. Halleluja. Halleluja. Komm, wir machen ein kleines Festessen mit dem Läufer. Denn den Zug mit dem Turm können wir gleich immer noch machen. Die Dame läuft ja hier nicht weg und sie wird aktuell noch nicht angegriffen und das wird auch in der nächsten Runde nicht passieren. Das wird nicht passieren. Der Turm braucht zwei Runden, um rauszurücken. Das Pferd braucht eins, zwei, drei Runden, um die Dame anzugreifen und der Läufer wird nie die Möglichkeit haben, anzugreifen, weil er, weil das der weiß laufende Läufer ist. Weißfeldläufer, sage ich jetzt mal. Und meine Dame ist eine Schwarzfeldläuferin, wenn man so will. Also jetzt gerade aktuell. Solange, also da sehe ich nicht das Problem. Deswegen und tschüss. Weg. Ja, ja, ja. Was willst du jetzt mit deinem Bauern noch? So, ich glaube, jetzt können wir den Turm rausholen. Und ab geht's, die Post. Ähm, ja, was hat der jetzt gerade weggenommen, den Läufer? Ähm, B, äh, Bauer, A, schlägt auf, ja, was hat der denn geschlagen? Hat der jetzt den Läufer geschlagen? Was, was stand denn jetzt gerade hier? Jetzt habe ich das nicht mehr im Kopf gehabt, was der jetzt gerade genommen hat. Ich war jetzt auch wieder null darauf vorbereitet, aber, ja, was soll das hier für ein Zug? Der kann doch nicht den Läufer Schach, also mit dem Läufer hier den Schach stellen. Wenn er dadurch seinen eigenen Läufer riskiert, der ist doch in keiner Weise geschützt. Was will er denn da machen? Ich kann natürlich auch mit dem Pferd angreifen. Nur will ich den natürlich jetzt nicht aus dieser schönen Position rausholen. Das wäre, ja, es wäre aus seiner Sicht nicht kontraproduktiv. Klar, aber, ja, was soll das? Ja, den König hier hinzustellen ist auch nicht klug. Nur ich weiß halt auch nicht, was er mit diesem ganzen, ja, ich sag's jetzt mal bösartig Abschaum, mit diesen ganzen Plebeiern hier, was er mir mit dem König hier anrichten will. Wie lange braucht der bitte schön, um mit seinen Türmen oder mit seinem Pferd hier irgendwas ausrichten zu können? Der wird das niemals einholen. Tschüss. Dummer, wirklich, tut mir leid, tut mir leid für den Gegner. so spielt kein Profi. Wirklich, tut mir leid, so spielt kein Profi. Also, ja, ich kenne mich jetzt auch nicht so super aus, aber so spielt doch kein Profi, dass er ein Gegner, den Fehler habe ich ja auch schon mal gemacht, ne? Versuchen, eine Figur anzugreifen und das Problem aber nicht lösen, sondern erst für sich selbst ein Problem erzeugen, indem man dafür sorgt, dass die eigene Figur genommen wird durch diesen Angriff und es letztendlich nichts gebracht hat. Was soll das? Versuch das jetzt mit dem Turm. Okay, okay, dumm ist der Zug jetzt nicht, denn er hat jetzt dafür gesorgt, dass ich diesen hier nicht mehr machen kann. Das ist, hier hat er jetzt den Turm eingesetzt, den er in der letzten Partie verfehlt hat. das hat er jetzt falsch gemacht. Oder wartet mal. Wir machen es anders. Ne, das funktioniert auch nicht. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, ich könnte vielleicht noch mit dem Läufer auf F5 gehen, dann könnte ich den König in Schach stellen, aber der könnte ja immer noch hierhin rücken und durch seinen Turm kann ich diesen Zug hier grundsätzlich nicht mehr machen. Mein Plan, den hat er hier vereitelt durch den Turm. Leute, ich glaube, ich komme hier aber auch nicht durch. Was ist, wenn ich das Pferd hier hinsetze auf E4, dann wäre der Turm angegriffen. Allerdings ist dieses Pferd wertvoller als das hier. Erstens, weil es ein bisschen mittiger steht, zweitens, weil es den Bauern schützt. Und selbst, wenn mein Bauer jetzt wirklich in keiner Weise mehr angegriffen ist, aber rein mathematisch gesehen oder rein logisch betrachtet, erfüllt dieses Pferd hier eine größere Funktion als dieses Pferd hier. und solange das der Fall ist, ist dieses Pferd hier wertvoller als das. So, mit einem Turm voranzurücken macht keinen Sinn, denn hier kann ich eh nicht durch. Okay, was würde passieren, wenn ich mit dem Turm nach vorne gehe? Ich hätte Tempoverlust. was könnte der dann machen? Was könnte der machen? Ja, der wird sich dann mit dem Pferd, also wenn ich meinen Turm hier hinstelle, wird er sein Pferd hier hinstellen. Auf der anderen Seite wäre das auch gar nicht so schlecht. Dann wäre mein Turm weg, aber seiner auch. Aber dann wird er den König versuchen wegzubewegen und ich habe mit der Dame nichts mehr, womit ich das beschützen kann. Also die Dame, wenn sie jetzt, ich bin das Ganze jetzt mal kurz für euch durch, ich würde jetzt mit dem Turm hier hingehen, der geht mit dem Pferd dahin, ich gehe mit der Dame dahin, obwohl nein, der Turm steht ja dann doch noch da, der ist ja dann gar nicht weg. Andererseits hat der auch noch den anderen Turm, mir ja gar nicht hier hinstellen. Gut, dass ich das jetzt nicht gemacht habe, der Plan, der klang mir schon sehr, sehr gut. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Leute, passt mal auf, Leute, ich mache jetzt mal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich in der Partie, sehen wir uns dann wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Wir werden jetzt weiterspielen und elendig verzweifeln. Jetzt bin ich natürlich raus. Jetzt bin ich raus, was wollte ich denn hier machen? Genau, wir waren mit der Turm-Idee dabei, wo wir gesehen haben, das aufgrund dieses Turmes das Ganze nicht funktionieren wird. Mit der Dame war jetzt also die Überlegung, entweder Pferd 1 hier hin zu rücken oder Pferd 2 hier hin zu rücken, um diesem Turm hier mal eine Abreibung zu verpassen. Das Schöne im Schach ist nämlich, wenn man die Strategie des Gegners hinterblickt, macht er sich selbst angreifbar. Wie gerade auch mit dem Läufer hier. Er wollte angreifen, wollte meinen König hier bedrohen und hat nicht gecheckt, dass er sich durch diesen Angriff selbst angreift. Es ist einfach die Spieler mit den eigenen Waffen schlagen. Deswegen denke ich, weil einfach dieses Pferd hier wertvoller ist als dieses, wie ich es ja eben gerade gesagt habe, werden wir mit diesem Pferd hier angreifen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der mit dem anderen Turm rausziehen wird auf D1, um seinen anderen Turm zu verteidigen, damit mein Angriff hier useless ist, also nutzlos. Es könnte allerdings auch sein, dass er einfach mit dem Turm zur Seite geht. Wenn er zur Seite geht, ich kann dann auch mit dem Pferd nicht hierhin. Ich denke, es ist aber auch der beste Zug, den du momentan machen kannst. mir fällt auch gerade nichts Besseres ein. Ich habe es noch gesagt. Ich habe es noch nicht noch gesagt gerade. Der wird warum? Ja, okay, der hat schon genügend Fehler gemacht, aber Mann. weil das Ding ist einfach, ich kann mit dem Pferd nicht hierhin gehen. Ich setze zwar mit den König in Schach, aber mein Pferd ist ja sofort weg. Ja, der Abtausch wäre gut, weil der Turm wertvoller ist als das Pferd. Aber langfristig ist das halt nichts. So, wenn ich jetzt mit dem unteren Turm auf B8 gehe, dann muss er aus dem Schach raus und geht hierhin, weil hierhin kann er nicht und nach vorne natürlich auch nicht. Dann würde ich ihn auf A1 zwingen. was 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 auch machen könnten ist wir können versuchen hier doppelt zu verteidigen dass wir den Turm mit dem Pferd auf von F6 auf E4 springen das könnten wir auch könnten den Turm doppelt bedrohen dann hätte der nämlich ein Problem dann ja es ist passt mal auf weil so Leute wenn ich jetzt mit dem Pferd hier hingehe ich nehme seinen Turm weg er nimmt meinen Turm weg er nimmt meinen Pferd weg ich gehe mit dem anderen Pferd hier hin er hat zwei Türme verloren ich habe ein Pferd verloren und er steht im Schach weil das Pferd dann hier steht hierhin kann er nicht hierhin kann er nicht und das Resultat wäre der König würde trotzdem auf A1 landen es ist also egal wie du es drehst und wendest der König wird auf A1 landen was gut ist wenn ich glaube ich hab's wenn die Türme weg sind und ein Pferd von mir weg ist und er nicht mehr hierhin kann dann kann ich mit dem Turm nachziehen und den König hier einsperren und ihr wisst was dann passiert die Dame kesselt den hier in der Ecke ein und der ist tot der der matt ja ich denke das machen wir so aber ich bin natürlich auch so doof anzunehmen dass der das Turm den König in Schach zu stellen und ihn damit dann auf A1 zu zwingen die Türme sind jetzt einfach nicht weg ich kann jetzt versuchen hier irgendwie in Schach zu stellen aber meine Pferde sind dann auch weg und er wird natürlich versuchen mit diesem Turm hier zu schlagen Moment mal aber wenn er versucht mit diesem Turm zu schlagen ne es ist wie man es dreht und wendet es ist einfach schlecht ja aber wie mache ich jetzt weiter mit dem Läufer hier hinten kann ich auch nichts machen das ist echt nicht gut das Pferd ist auch nicht angegriffen deswegen lohnt es sich auch nicht den Bauern nach vorne auf F5 zu rücken was ich jetzt noch erwarten könnte ist dass er das natürlich versucht zu attackieren indem er mit dem Bauern von F2 auf F3 nach vorne geht um mein Pferd zu bedrohen um den Springer zu bedrohen dann müsste ich mit dem weg na ich blick auch nicht mehr durch ich bin auch schon ein bisschen kaputt an dieser Stelle das waren jetzt alles so heftige Züge und ich weiß nicht wie ich gegen ihn gewinnen kann ich bin zwar in einer besseren Stellung aber ich weiß nicht wie ich gegen ihn gewinnen kann es muss doch aber irgendwie gehen ich kann nicht aufgeben so mit dem pferd hierhin macht keinen Sinn mit dem pferd dahin macht genauso wenig Sinn weil hier Weil wenn ich zuerst angreife Dann ist beides von mir weg Und er hat immer noch einen Turm da stehen Und solange er hier noch einen Turm stehen hat Kann ich mit der Dame nicht nach vorne Wartet mal Ich glaube ich hab's Nein ich hab's nicht Folgendes dazu Warum hab ich das jetzt gemacht Ich hätte jetzt gehofft Der würde mit seinem Turm Meinen Turm nehmen Hätte ich den mit der Dame genommen Und der wäre matt gewesen Weil die Dame durch den zweiten Springer Gedeckt ist Jetzt hab ich hier wieder Shutdown Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt Nicht was ihm das hier nützt Das Pferd greift niemanden an Der ist jetzt nur in einer leicht besseren Position Was das Kampffeld betrifft So ich könnte jetzt mit meinem Pferd Sein Pferd nehmen Dann wäre mein Pferd weg Und es wäre sein Turm weg Dann hätte ich die Dame nur noch hier stehen Und der Turm würde nur noch hier stehen Die Dame steht hier Der Turm steht hier Turm ist gedeckt Hier ist alles weg Er könnte dann nichts mehr machen Mit dem König Er könnte dann natürlich versuchen Mit seinem Turm Meine Dame anzugreifen Wenn aber der Turm weg ist Und die Dame hier stünde Könnte ich mit der Dame hier hingehen Das würde aber Eine Padsituation generieren Da der König Keinen legalen Zug machen dürfte Weil er nicht hier hin kann Aber sich sonst hier auch Nicht hin bewegen kann Es sei denn Er hätte in der Zwischenzeit Den Bauern hier hin gerückt Was vielleicht für ihn sogar noch Obwohl er kann ja hier auch nicht hingehen Der König ist so derbe eingeschlossen Der kann echt gar nichts machen Deswegen hat es mich auch gewundert Dass er mir jetzt den Turm nicht genommen hat Ich meine klar Trotzdem hätte ich dann Ein Schachmatt generiert Aber ich hätte Ja es ist wie ich die Taktik drehe Und wenn nicht Komm hier einfach nicht durch Oder Ich greife mit dem Turm Den Turm an Der Turm wäre weg Die beiden können nicht Den können Können nicht schlagen Die Dame könnte ich dann Hier hin rücken Kann natürlich sein Dass er sich dann Von vornherein hier hin positioniert Dann könnte ich die Dame Nicht dahin rücken Das wäre auch nicht gut Ich komme mir gerade vor Wie bei Wehrwucht Millionär Die eine Million Euro Frage So richtig ultra spannend Und du weißt einfach Fürs Frecken nicht weiter Oder sagen wir mal 500.000 Euro Frage Wir sind ja noch nicht ganz am Ende Das hier Er kann mir schon mal Nichts mehr tun Ich glaube jetzt nicht Dass ich so schlecht spiele Dass er mich jetzt noch Schachmatt setzen kann Weil er ist um Meilen davon Von meinem König entfernt Viele Züge Also rein zeitlich gesehen Von den Zügen her Ist er weit davon entfernt Und von der Reichweite eben auch Was das Ganze ja auch So ein bisschen bedingt Das Ganze ja auch das Pferd jetzt. Ja, aber... Nee. Er könnte natürlich auch den Turm hier einfach so nehmen. Aber das würde er ja auch nicht machen, weil die Dame hier steht. Und wenn der Dame das Pferd wegnehmen, das ist auf jeden Fall gar keine Option, weil die Wucht ernehmen, egal was passiert. Und wenn die Dame erstmal weg ist, dann habe ich ein Problem. Ich könnte natürlich danach dann noch mit dem Pferd hier hinrücken, um den Turmpotenzial hier hinzulegen, um den zu schützen. Aber hier steht ja noch der andere Turm. Der müsste erstmal weg. Er kann aber auch sonst nichts Sinnvolles machen. Ich weiß halt einfach nicht, was er vorhat. Egal, mit welcher Strategie ich versuche hier durchzubrechen, solange er einen zweiten Turm hat. Kriegt der Probleme? Ich denke, wir machen es jetzt einfach mal. Wir können also verlieren werden hier wirklich möglicherweise, also höchstwahrscheinlich nicht. Okay. Dann ist er jetzt platt. Ach so. Ja. Ihr seht hier auf dem Bildschirm die Perspektive, die wechselt. Schade. Er konnte sich ja nicht mehr bewegen. Ich stand im Schar und konnte sich nicht mehr bewegen. Warum sage ich gerade nichts? Ich bin fix und alle. Wirklich. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Runde hier, die hat mir nicht so einen großen Spaß gemacht. Ich habe mich sehr drauf gefreut, aber die Runde hat keinen so großen Spaß gemacht, weil das hier war jetzt schon wieder so ein offensichtlicher Fehler. Ich hätte mir, also so dumm es auch klingt, aber ich hätte mir an dieser Stelle echt gewünscht, der hätte besser gespielt, am Ende. Ja. So, Leute. Passt mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wenn ihr dieses Match hier sehen wollt, gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet und wir machen uns hier dran. Ja. Wenn ihr einen Daumen hoch gebt, dann gibt es einen Kampf gegen eine noch stärkere KI. Es macht mich fertig. Die Hierrunde hat so einen Bock gemacht, das hier war echt nicht mehr feierlich. Jeder Zug war wirklich extrem anstrengend. Ich würde auch mal sagen, das war größtenteils Glück. Es war genauso viel Glück wie Pech, weil so weit konnte ich nicht mehr vorausdenken. Ja, wie gesagt, er hat auch teils wirklich extrem dumme Züge gemacht. Warum hat er den Läufer Richtung König gestellt? Wenn er den Läufer noch gehabt hätte, hätte er mich unter Umständen noch stören können. Deswegen sage ich ja, man darf einfach nicht so viele Figuren verlieren. Es ist wirklich so, ich muss diesen 1800 KI-Gegner wirklich als doof abstempeln. Und irgendwie auch als Döver als der 1600er. Er hat zwar sehr gute Züge gemacht, aber er hat auch extrem große Fehler gemacht. Wirklich, er hat einfach eine Figur verschenkt. Komplett verschenkt. Ich hätte das wirklich jetzt so einem Amateur oder einem Challenge ja, oder gerade in den Anfangsbereichen machen die extrem viele dumme Fehler, aber da gestehe ich den KIs das ja auch noch zu. Aber doch nicht so was, das ist doch peinlich. Sorry, das ist halt echt peinlich für jemanden. Also wenn ich, ich meine, Leute, stellt euch das mal vor, ja? Ihr seid wirklich, ihr seid ein Spieler im Verein, ein richtig guter Vereinsspieler, ja? Und da kommt jetzt so ein Hobbyspieler an, der so ab und zu mal spielt, so ab und zu mal und macht euch einfach platt, weil ihr einfach so blöde Fehler macht. Wie kann man so blöde Fehler machen? Erklärt mir das mal. Gerade am Anfang war der sehr, sehr stark. Am Anfang war der richtig stark. Gerade mit seiner Dame, wo er reingegangen ist. Das, das auszukontern, war eklig. Das hat ein bisschen was gedauert, bis ich da wirklich wusste, wie ich da dran gehen soll. Auch als ich den Turm dann nach oben gerückt habe, um, damit letztendlich der König die Rochade gemacht hat. Das habe ich zwar jetzt so nicht vorhergesehen, ich wollte einfach nur erstmal provisorisch stehen. Der wäre ja auch schnell gedeckt gewesen, der Turm. Der wurde ja auch nicht angegriffen. Da hätte man schon mal, habe ich ja schon mal eine starke Position mit dem Turm gehabt, weil der einfach nicht angegriffen werden konnte. Aber, ja, dann hat er die Rochade gemacht und sich damit das selbst versaut. Deswegen, dieser Sieg hier, der fühlt sich halt nicht wie ein ehrenhafter Sieg an. Das andere, das war wirklich eine Meisterpartie. Da wusste, da, waren die Fehler nicht so offensichtlich. Wisst ihr, was ich meine? Der hat zwar da auch Fehler gemacht und ich glaube, ich habe auch Fehler gemacht hier und da. Ich habe ja auch das Pferd in der letzten Partie komplett verloren. Einfach für nichts. Das habe ich einfach nicht gesehen. Er ist, ich weiß auch jetzt nicht mehr genau, wie die andere Partie vorher war, aber er hat halt nicht so offensichtliche Fehler gemacht. Und deswegen fühlt sich das jetzt irgendwie so unbefriedigend an. Das habe ich zwar gewonnen, aber irgendwie fühlt es nicht so an, als hätte ich das gewonnen. Also nicht auf so einer hohen Basis. Ich will, dass die Gegner dann auch wirklich heftig und stark spielen. Was er ja auch so grundlegend getan hat, aber es, er kam mir jetzt keineswegs stärker vor, als der, ich sage jetzt mal, als der Challenger vielleicht. Also stärker als der Experte war er auf jeden Fall nicht, weil der Experte, der hatte eine gute, durchschaubare Strategie. Und das hier war keine Strategie, was der gemacht hat. Beziehungsweise die Strategie, die er umgesetzt hat, ist ihm selbst zur Last gefallen und das nicht nur einmal. Und das hätte ich jetzt nicht von so einem Gegner gedacht. So Leute, wir werden nicht verzagen. stempeln wir das hier einfach mal als ja, unbefriedigenden Sieg ab. Es ist, wie es ist, man kann es nicht ändern. Wir machen es so, nächstes Mal spielen wir gegen die Professional KI 2000 ELO, werden wir nächstes Mal antreten. Und bis dahin hoffe ich, ihr macht euch schöne Tage und freut euch auf das nächste Let's Play, auf die nächste Partie, auf den nächsten Part, ja, Part I und dann hoffe ich, dass der Gegner ein bisschen besser spielt, weil das hier war, das war schwach. Ja, er hat nicht schlecht gespielt, aber irgendwie war das schwach, weil seine Fehler so offensichtlich waren. Liebe Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit und dann hören wir uns das nächste Mal.